Kurze Frage, seid ihr Fan von Doppelsöldner? Wenn ja, dann seid ihr in dem Video genau richtig. Das ist der vierte Teil von dem ultimativen Deutschen Guide, den ich, fällt der Tobi für euch, mache. Es ist bis jetzt wirklich ein Fetzen Gaudi für mich, einfach mal mein ganzes Wissen zu den Deutschen, einfach mal wirklich zu erklären in Videoform. Das macht mir wirklich ein Mord Spaß. Und ja, im letzten Video haben wir uns ja die Strategie angeschaut, mit dem Holzarmee-Start, mit dem Start einfach mit Crossbows, mit Pikes. Du kannst dann natürlich auch wechseln in Doppelsöldner und Ulanen und solche Geschichten. Aber jetzt schauen wir uns an, wie kann man denn spielen, wenn man jetzt direkt mit Doppelsöldner oder Ulanen startet, gleich mal anfangen. Wechsel mal gleich mal ein, ne? Wir sind wieder bei unserem Start im Prinzip in Age 1, kurz vorm Age ab, sehr gute Nachung, weil da alle Hirten unter dem TC sind. Und effektiv, mal kurz zu den Pros und Kontras von der Strategie. Wenn du jetzt mit Doppelsöldner startest, ist dein Vorteil, dass du halt Junkie-Einheiten hast, die ziemlich cool sind, die sind schnell, die machen Mordschaden, wenn sie halt mal dran kommen. Aber da kommen wir auch schon zum negativen Punkt, wenn. Also, wenn der Gegner halt sozusagen Musketiere baut und einigermaßen gut meintraut, dann kann er die Doppelsöldner halt ziemlich gut auserschößen. Das ist so ein bisschen der Nachteil dabei. Aber genau deswegen ist die Build Order vor allem dann gut, wenn euch der Gegner nicht so leichten Zugang zu Musketieren vielleicht hat. Aber da kommen wir vielleicht dann später nochmal genauer drauf, wenn wir uns die Match-Ups anschauen. Ich nütze jetzt erstmal rein um die Strategie. Wir agen natürlich wieder mit dem Quartiermeister, gingen auch wieder vor, wieder zum Handelsposten runter, holen uns auch wieder vor, wieder die Gatter-Sänge. Also, wir haben viel Parallelen und Age 1 mit Transition ist eigentlich oft ziemlich ähnlich mit den Deutschen. Was eigentlich schön ist, weil dann müsst ihr nicht so viel lernen und habt trotzdem coole Adaptionsmöglichkeiten. Je nachdem, was ihr dann spielen wollt. Weil, gerade mal so erwähnt, ich glaube so, deutscher Kaffstatt ist ja ziemlich berühmt, wenn man nicht weiß, deutsch. Weil es meiner Meinung oder meines Wissens noch früher aufgespielt worden ist. Aber das ist nicht mehr modern, das kann ich euch sagen. Also, sagt man heutzutage bei den Profis fast gar nicht mehr. und finde ich auch nicht sonderlich stark. Also, ich kann einen Kaffstatt euch überhaupt nicht empfehlen. Und zwar macht der Kaffstatt vielleicht in 0 von 22 Matchups ungefähr Sinn. Tehrt sich jetzt vielleicht stark an oder krass an, aber das meine ich wirklich ernst. Ich bin gar kein Fan vom Kaffstatt, weil das Eindliche, was passieren wird, ist, dass ihr versucht, Semi-FF zu machen und dann komplett überrennen wird von Musketieren und nix dagegen habt, außer Kavallerie, die der Gegner trainen kann. Es ist, wie es ist. Also, Kaffstatt macht meiner Meinung nach nur Sinn, wenn euch ein Gegner defensiv spielen wird. Wenn ihr genau wisst, euch ein Gegner wird sich in der Base verkampen, er wird ein Naked-FF machen, dann lohnt sich meiner Meinung nach ein Kaffstatt, weil du dann einfach nur Einheiten hast, die dir dann im dritten Anno was bringen und die Kavalleristen, du keine Gefahr laufst, sozusagen, im zweiten überrennen zu werden, dann kann man das machen. Aber ich finde dann tatsächlich den Doppelzellner-Staat eher noch besser. Beides geht mit ziemlich der gleichen Bildordner. Und zwar braucht ihr natürlich als erstes den Handelsposten, den haben wir jetzt schon, ein zusätzliches Haus und aber auch noch die Waschgoldminen, weil wir natürlich viel Gold hacken werden. Das heißt, die kommen gleich mal ein und was uns dann noch effektiv fehlt, ist 100 Holz für ein Haus. Du kannst theoretisch auch noch für Stahlfallen gehen. Das sind halt dann nochmal 250 Ressourcen zusätzlich und meiner Meinung nach ist es deutlich wichtiger, ein Fünferbetsch, Ulanen oder ein Doppelzellner auszubringen, anstatt die Stahlfallen zu machen. Das ist meine Meinung dazu. Von dem her spielen wir es jetzt mal ohne Stahlfallen. Wenn das dann ihr bei der anderen Bildordner, mit der Crossbow-Park-Staat, könnt ihr eigentlich immer Stahlfallen heuen. Könnt ihr natürlich auch da die Stahlfallen verzögern, wenn es ihr mit einem Rush rechnet. Aber ja, in der Bildordner nur Stahlfallen heuen, wenn ihr sehr gut wirklich die Schätze in Edge 1 gekriegt habt. Hierher, das wird natürlich auch wieder. Erster Shipment, ihr kennt die Geschichte ja, drei Siedlerwägen. Bereit, verstanden. Und in dem Fall hacken wir mir gar kein Holz mehr, aber ein zusätzliches Haus haben wir ja gebaut. Und ansonsten bauen wir jetzt einfach ein Kasern oder auch den anderen Stahl und dann noch zwei Heiser zusätzlich. Zack, zack. Und an der Stelle möchte ich dir auf jeden Fall erwähnen, falls jetzt jetzt du dir den Guide ausschaust, dann hoffe ich natürlich, ich kann den Funken an dir wecken. Dass du sagst, okay, bam, die Daischen sind ein unfassbar geiles Siff, ich werde jetzt anfangen, richtig viele Daischen zu spielen. Das war halt mein größter Traum eigentlich mit dem Video. Wenn du jetzt aber zuschaust und sagst, okay, ich schaue mir jetzt einfach mal das an, dass ich einen groben Plan habe von den Daischen, was ich alles zu spielen kann, werde jetzt aber die Siff nicht so oft meinen, dann ist das natürlich auch in Ordnung. Und gerade für die, wenn du dir genau das denkst, ist die Build Order wahrscheinlich ziemlich gut, weil sie ist recht einfach zum Spielen. Sie ist deutlich einfacher zum Spielen als den Crossbow Pike Play, weil du einfach nicht so viel Micron musst und finde ich auch nicht so viel Markkorn musst. Du hast nur Nahrung und Gold, auf was du schauen musst. Ist, finde ich, einfacher auf jeden Fall. Hat natürlich, wie gesagt, auch Nachteile. Du bist weit nicht so flexibel. Die einzige Einheit, die du bauen kannst, ist ein Toppelsölner oder halt auch Ulan, wenn du mit einem Stall startest. Aber dafür hast du halt Junkie-Einheiten, die nicht so viel Micron brauchen und ziemlich stark zu erkennen, wenn euch ein Gegner keine Musketiere hat. Ulanen, damit habe ich jetzt vorher nicht gemacht im letzten Video. Du kannst damit natürlich auch immer super scouten. Du sollst eigentlich schon mit deinem Kundschaft immer scouten, nachdem der Handelsposten gebaut ist. Das mache ich jetzt schon wieder nicht, weil es eben eine KI ist gegen die Spiele und dann auch nebenbei erklären muss. Aber spätestens, wenn ihr wirklich mal vergisst zu scouten, spätestens mit den zwei Ulanen könnt ihr auf jeden Fall scouten. Das ist ja im Prinzip ein Gratis, Gratis gescoutet. Und da kriegt ihr jetzt wirklich so richtig schön fünf Dops raus. Das hätte niemals funktioniert, wenn ihr mir da jetzt Stahlfallen geholt hättet. Niemals. Und von dem her finde ich es wichtig, da lieber mal die Stahlfallen ein bisschen zu verzögern. Und an der Stelle habt ihr die Möglichkeit, entweder für ein Ulan oder Doppelzellender Semi-FF zum Gehen oder ihr geht es für einen Timing-Push. Das heißt, wieder vor, es ist eigentlich dieselbe Aufteilung wie davor, ihr habt wieder die Möglichkeit, entweder für einen Timing-Push oder für Semi-FF zum Gehen. Deswegen schauen wir uns jetzt als erstes gleich mal den Doppelzellender Ulanen-Timing-Push an. Freunde, das hört sich doch monumental an. Habt ihr schon mal einen fucking Doppelzellender Ulanen-Timing-Push gesehen? Wahrscheinlich nicht, weil gefühlt aus mir die Bild-Oder in keine Sau spielt. Aber ich sag's euch, in gewissen Matchups ist das auf jeden Fall a way to go. Und, falls du jetzt zuschaust und dein Elon noch nicht ganz so hoch ist, wenn du jetzt, sagen wir, auf einem Level unter 1400 spielst, sagen wir es mal so, dann ist die Bild-Oder richtig effektiv, weil ihr müsst immer bedenken, je niedriger ihr von der Elo seid, desto schlechter werden euch eine Gegner im Micron sein. Und gegen Doppelzellender muss euch eine gute Micron-Nummer die da uns hinbringen, weil ihr könnt sagen wir, ihr seid in dem Fall derjenige mit der Bild-Oder, der weniger Micron muss, ihr rechts klickt einfach mit Doppelzellender und Ulanen nämlich. Ist eine recht situative Bild-Oder, wie gesagt, aber macht auf jeden Fall Spaß zum Sprünnen, das ist sicher, und kann durchaus auch effizient sein. 700 Holz ist unser nächstes Shipment und da müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen. Ihr seht, den ersten Doppelzellender erst queuen, wenn das Holz so, ja sagen wir mal so irgendwie durch ist, weil ansonsten kommt einfach das Holz nicht rechtzeitig an und wir haben ja keine Bevölkerungsplätze mehr frei. Wir bauen weiterhin unsere Dops aus, ihr müsst natürlich trotzdem schön schauen, dass die Ressourcen gut verteilt sind, klar, ich glaube, ich mache meine Kamera schon wieder Faxen, mal ganz kurz, okay, genau, ihr seht jetzt also genau was passiert, jetzt kommt das Holz an und eben gerade rechtzeitig, damit unser Doppelzellender Badge noch voll werden kann, das geht sich normal gut aus, heißt er übrigens immer mit Siedlerwägen bauen, ist deutlich effizienter, wenn es geht, und schaut seid es an, wieder ein Fünferbadge, so ist das gut, und für den restlichen Holz baut ihr im Prinzip jetzt einmal in den Stall, und ansonsten einfach so viel Heiser wie nur irgendwie möglich, weil die Heiser wird es ihr definitiv auch brauchen, so, wir bauen also einfach zack, 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 die ganzen Heiser her, und wenn dann unser nächstes Shipman frei ist, ich gebe euch schon mal einen Doppelzellender in Auftrag, kommt jetzt unsere 700 Münzen, ich warte vielleicht noch kurz damit, weil das Ziel ist natürlich jetzt dann mit den 700 Münzen, sowohl ein Doppelzellender als auch ein Ulanenbatch, komplett voll zusammen und das ist, sage ich mal, kostet natürlich schon einige Ressourcer, deswegen brauchen wir genau die, im Prinzip, die Shipman sind genau der Reihenfolge, das geht jetzt da ab, okay, egal, aber ja, wir warten jetzt im Prinzip auf das Gold, das Gold muss auch richtig schnell aufgesammelt werden, und ja, ihr seht schon, wir haben zugrunde einen Haufen Pop frei, aber der Pop wird sich jetzt gleich erledigen, das heißt, die 700 Gold sind bestens investiert, jetzt habe ich glaube ich eh schon verschissen, oder? Na, geht sich nur aus, Ulanen werden schneller ausgebildet als Doppelzellender, und kriegen wir den auch noch voll, ach schaut, ein Träubchen, ja, also wenn ihr es da vorne glaubt habt, dass ich da jetzt schon melden bin, dann glaubt ihr es jetzt, weil ich habe alle, alle Badges, in Auftrag gegeben haben, genau voll gekriegt, und genau so soll es laufen, das kostet natürlich, da müsst ihr euch schon ein bisschen einfuchsen, wie es ihr da genau micro müsst, das ist erfahrungswert dann, aber das ist im Prinzip eigentlich ein Traum, sozusagen, dass ihr alle Badges immer komplett voll kriegt, und jetzt habt ihr 15 Doppelzellender und 11 Ulanen, das ist auch das lustige, ihr habt nur einen Badge Ulanen ausgebildet, 11 Ulanen am Start, und damit überrennt ihr jetzt einfach den Gegner, was macht ihr dahinter, ganz klar, wie auch schon beim anderen Timing Push mit der Holzarmee, ihr aget es dahinter, ihr wollt nicht länger im zweiten bleiben, ihr wollt damit Schaden machen, und ihr könnt euch jetzt entweder noch die Zwei Siedler Wägen schicken, oder alle 600, oder ihr spart euch, die schickt mir rauf, das geht alles, ich schicke jetzt einfach meine Zwei Siedler Wägen, ihr geht jetzt dann für den Timing Push, das ist vor allem gut, wenn euch ein Gegner unfassbar gierig ist, wenn ihr zum Beispiel genau wisst, mein Gegner wird für einen Fast Industrial gehen, kann man normal nicht wissen, aber vielleicht weil er ein Deck hat mit zehn Karten im Vierten drin, oder so, dann ist das eigentlich eine perfekte Strategie, ich sage es euch, wie es ist, ich habe mit der Taktik gegen ASEM gewonnen, Deutsche gegen USA war das, ich habe einfach an seinem Deck gesagt, er hat zehn Karten im Vierten gehabt, Armee, ich habe genau gewusst, er werde ins Vierte gehen, und deswegen habe ich mich entschieden, für genau die Strategie zum Sprint, Doppel Söldner Ulanen Timing Push, und damit habe ich gegen ASE gewonnen, ASE kennt Sie ja sicherlich, einer von den besten Spielern, der immer crazy Strategien macht, aber ich habe eben genau gewusst, was er vorhat, und eben mit der Strategie darauf reagiert, und er hat nichts machen können, weil er hat logischerweise keine Armee am Feld gehabt, die Doppel Söldner haben extrem viel Belagerung schaden, und da geht halt die ganze Base auf einmal drauf, so läuft das halt einfach, das ist im Prinzip die ganze Strategie, ihr macht es dann super viel Schaden, wenn euch ein Gegner das nicht erwartet, oder nicht die richtigen Antworten hat, dahinter geht es einfach ins dritte, gar kein Problem, wenn da noch irgendwie dann Doppel Söldner übrig bleiben, könnt sie die logischerweise auch upgraden, ansonsten könnt sie auf Plankler Kriegswegen auch gehen und einfach die Armee gerne Sache machen lassen, sozusagen. Aber das ist immer so der grobe Plan, wenn es für so einen Timing Push geht, wollt sie in die meiste Zeit dahinter agen, einfach weil sie als nicht unendlich Spaß jetzt gehen wir dahinter ins Drittel nächste Schippsladung ist auch schon wieder frei wir haben eine gute Eco wir haben keine Handelsroute aber wir haben zehn Siedler Wägen was ziemlich cool ist und trotzdem wieder Schippen frei und genau an der Stelle kann wir das Ganze pausieren weil so habt ihr perfekt gesehen wie man einen Doppel Söldner Ulanen Timing Push wollt allerdings war es das noch nicht es gibt ja einer Doppel Söldner oder Ulanen Semi FF und das schauen wir uns jetzt noch kurz an und zwar ist das genau an der Situation wenn ihr gerade schon wieder nach drei Siedler wegen ein shipment frei habt weil dann ist ein Plan nicht 700 Holz sondern 700 Gold zu schicken um dann praktisch gleich dahinter zu aggen ihr baut nur ein Batch Militär wichtig ein Batch nicht mehr nicht weniger ein Batch jetzt fragt euch vielleicht was bringt das machen soll ich nicht gleich direkt ein FF machen was soll ich mit einem Batch und die Antwort ist dass du mit einem Batch Ulanen zum Beispiel reingehen kannst besser als wenn du jetzt nur gar keine Ulanen ausbildest du kannst damit und das ist der Hauptplan sozusagen dabei einen Handelsposten einreißen die Strategie ist vor allem gut gegen Siths die ein Naked FF machen und dementsprechend keine Verteidigung gegen Handelsposten haben oder eine Außenposten wenn du aggressiver Außenposten kippt kann man das damit auch machen deswegen sage ich doppelt seltener Semieff finde ich doch noch mal besser als Ulanen Semieff weil es einfach mehr Siege und mehr Potenzial hat was ihr machen könnt einfach ein bisschen Schaden machen ein bisschen rumfackeln Handelsposten einreißen oder halt einen aggressiven Turm oder sowas einreißen und dahinter selber ins dritte gehen ihr seid trotzdem immer noch ziemlich schnell weil ihr skippt ja sozusagen 700 Holz ihr gebt es ein bisschen was von eurer Infrastruktur her sozusagen und um dafür schneller zum Agen ihr seht schon ihr könnt ein bisschen Schaden machen versucht aber natürlich die Armeen nicht zu verlieren und geht dahinter einfach sofort ins dritte ist natürlich also der Vorteil ist ganz klar wir haben ein super schnelles Agen ihr müsst bedenken wir haben Armee am Feld gehabt wir haben jetzt Schaden gemacht mit Armee und können trotzdem extrem schnell bei 8 Minuten Nachteil ist natürlich wir müssen jetzt erstmal sehr viel Holz hacken da können wir nicht drauf vorbei logischerweise weil wir die 700 Holz Tafel geskippt haben und am dritten gut das ist dann halt wieder je nach Situation ich kann euch jetzt nicht sagen was ihr im dritten machen wollt aber sag ich mal ihr könnt zum Beispiel wenn ihr erst doppelt auf dem Feld habt und die nicht verschwenden wollt sondern noch verwenden könnt ihr zum Beispiel sagen ok ich hole mir jetzt nochmal 5 Tops und hole mir einfach das Vitranen Upgrade kann man machen ist jetzt recht exotisch der Play das so zum spielen du kannst aber einfach sagen ok ich hole mir jetzt einfach ganz mal jetzt die 1000 könnte man auch machen zum sagen ok ich habe mir es davor nicht geholt ich habe mir die 7 Monate nicht geholt dafür hole ich die 1000 für die Infrastruktur eicher Welt müsst ihr wissen dann und das ist ja nicht immer ich kann ich kann ja nicht sagen was immer die beste Wahl ist weil es ist immer unterschiedlich je nach Situation aber ja das ist es im mit 7 ff ich hoffe ich habe euch mal wieder weiterhelfen können die Strategie vor allem zu empfehlen wenn es vielleicht von der Elon ein bisschen niedriger sitzt ist das definitiv effizienter als auf Profilevel aber wie gesagt eben auf meinem Level kann es gut sein wenn du den Gegner überraschen kannst weil so ein doppel sein Ulanen Push hat natürlich unfassbar Überraschungspotenzial weil ein Gegner hat das noch nie gesehen das ist etwas was sie nur bei mir sehen wird und dadurch dass ich euch erzählt habe ich damit besiegt ich denke könnt ihr mir auch glauben dass das durchaus eine Strategie ist die ein Potenzial hat in gewissen Fällen zumindest genau wir sehen uns im nächsten Video wieder mal schauen welche Strategie dann kommt hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal wieder habe Ehre Bis zum Bis zum Bis zum nächsten Mal.